Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Marktbriefing bereiten wir uns intensiv auf die wichtige kommende Handelswoche und auf das zweite Halbjahr 2023 vor. Zu Beginn des heutigen Marktbriefings sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money vs. Dumb Money und wir haben am Freitag das erste Halbjahr nicht nur abgeschlossen mit einer sehr guten Performance in den Indizes kommen wir gleich noch dazu, sondern auch mit einer gewaltigen Lücke im Zuversichtslevel zwischen den institutionellen Anlegern und den Kleinanlegern. Während die Kleinanleger nahe der 52 Wochen hoch sind im Zuversichtslevel sehen wir die institutionellen Anleger auf mehr Jahrestiefs. Wir schauen aber mal auf die linke Seite und wissen mittlerweile, dass in einem konstanten Aufwärtstrend und das ist auch das Stichwort für heute. Wir schauen uns heute bei den Charts mal im Detail die Trends an in den einzelnen Indizes. In einem konstanten Aufwärtstrend ist das nichts Ungewöhnliches, dass die institutionellen Anleger auch mal über einen längeren Zeitraum im depressiven Bereich unterwegs sind und deswegen sollte man diese Grafik meines Erachtens keinesfalls als kurzfristiges Verkaufssignal werten. Und hier schauen wir uns jetzt mal die erste Halbjahres-Performance der einzelnen Indizes im Überblick an. Der DAX 40 und der Eurostox jeweils knapp 16 Prozent Year-to-Day-Performance. Der S&P 500 auch knapp 16 Prozent. Absoluter Spitzenreiter ist der Nasdaq 100 mit 39 Prozent Year-to-Day-Performance. Abgeschlagen bei den US-Indizes ist der Dow Jones, mit dem liege ich 3,8 Prozent. Der hat natürlich Ende 2022 noch einen sehr guten Run hingelegt. Auf der rechten Seite siehst du die Stocks 600, knapp 8 Prozent im Plus. Der SMI, der Schweizer Index, knapp 5 Prozent im Plus. Der Fuzzi 100, circa 1 Prozent im Plus. Sehr, sehr stark unterwegs war der Nikkei, der japanische Aktienindex, mit 27 Prozent im Plus. Und Schlusslicht, und darüber sprechen wir heute auch natürlich, bei den Live-Charts war der Hang Seng-Index mit einem Minus von 4,3 Prozent. Und im S&P 500 gibt es durchaus interessante Vergleichsdaten, wenn wir ein erfolgreiches erstes Halbjahr absolvieren, insbesondere nach einem verlustreichen Vorjahr. Dann steigen nämlich die Chancen drastisch an, dass auch das zweite Halbjahr positiv verlaufen wird. Du siehst unten entsprechend die durchschnittlichen Ergebnisse des S&P 500 und die liegen im Schnitt zwischen 60 und 75 Prozent positive Märkte. Übergeordnet sind die Märkte ja häufiger positiv als negativ, wie wir wissen. Wenn wir aber ein negatives Vorjahr haben und dann ein erfolgreiches erstes Halbjahr absolvieren, steigen die Chancen drastisch an auf ein erfolgreiches zweites Halbjahr, nämlich auf bis zu 89 Prozent. Und das immerhin zurück bis ins Jahr 1954. Und auch was die Saisonalität angeht, stehen wir potenziell durchaus jetzt vor einer freundlichen Phase, nämlich vor möglicherweise sogar den zwei besten Handelswochen des gesamten Jahres. Du siehst auf der linken Seite den S&P 500 in seiner Saisonalität zurück bis 1928, zwischen 1. Juni und 30. Juli. Und da muss man sagen, da ist die Saisonalität wirklich eindeutig. Und auch auf der rechten Seite beim Nasdaq stehen wir potenziell jetzt vor einer sehr starken Handelsphase. Auch hier sind die Daten ausgewertet zwischen 1. Juni und 30. Juli, hier zurück bis 2007. Und auch den Satz, der auf der rechten Seite drüber steht von der Marketeer, finde ich sehr, sehr interessant. Die letzten 15 von 15 Julis im Nasdaq waren positiv. Ja, sogar der Juli im Jahr 2008. Damit das Ganze jetzt aber nicht zu einseitig wird, schauen wir uns auch mal das Gesamtjahr an. Und da muss man ganz klar dazu sagen, der Juli ist noch mal einer der stärksten Monate sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq. Danach beginnt aber saisonal durchaus eine eher volatile Phase, in der wir dann auch durchaus damit rechnen müssen, dass sich der Volatilitätsindex, der Wichs möglicherweise etwas aufschaukelt. Den sehen wir nämlich hier in seiner Saisonalität und auch in seinem Jahresverlauf 2023. Wir wissen, der ist zuletzt geradezu kollabiert. Nahezu keine Angst mehr im Markt bei einem Wichs von circa 13. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, saisonal gesehen ist der Juli sogar noch mal einen Monat, wo wir mit Verlusten im Wichs rechnen müssen. Also potenziell weiterer Rückenwind für die Aktienmärkte. Aber insbesondere dann hier im August, September und Oktober siehst du an den dunklen Balken, wie sich die aufschaukeln. Da müssen wir dann definitiv mit einem Wichs rechnen, der auch mal wieder Stärke zeigen kann. Also die Märkte sozusagen in Angst und Schrecken versetzt. Und das ist dann das Thema Mean Reversion, also Rückkehr zur 20-Wochen-Linie. Das wird heute Kernbestandteil sein, wenn wir uns den langfristigen Chartverlauf der Indizes anschauen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und das wird dann auch der Zeitpunkt sein, wo man sich ganz genau die Positionierung im Markt anschauen muss. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten diese Grafik schon mal dabei vor einigen Wochen und Monaten. Das ist das Robo-Put-Call-Verhältnis, also Retail-Only-Put-Call-Verhältnis. Wie sind die Kleinanleger aktuell positioniert? Und die waren zuletzt stark short und da haben wir darüber gesprochen, dass möglicherweise eben steigende Indizes das Maximum-Pain-Szenario sind, dass eben diese Puts in diesem Short-Squiz ausgequetscht werden. Man muss aber sagen, ihr seht mal auf der rechten Seite, wie massiv das jetzt hier nach unten kommt. Wir sind jetzt noch nicht im überverkauften Bereich, was die Puts angeht. Keine Frage, hier ist definitiv noch Potenzial für mehr Upside bei den Indizes, also für mehr Schmerz für die, die aktuell short sind. Übergeordnet muss man aber sagen, diese extreme Anhäufung von Puts, die wurde jetzt hier durchaus zu einem guten Teil bereits abgebaut. Und auch die institutionellen Anleger haben natürlich reagiert auf die Marktsituation und haben ihre starke Put-Gewichtung abgebaut. Die haben sogar schon ein bisschen früher damit begonnen abzubauen, haben jetzt gerade zuletzt sogar wieder Puts aufgeladen, wie wir sehen, einen deutlichen Tick nach oben beim Lobo-Put-Call-Verhältnis, also Large-Only-Put-Call-Verhältnis. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend. Auch hier sehen wir, dass wir vor allen Dingen im Bullenmarkt 2020, 2021 das Put-Call-Verhältnis sogar in den deutlich überverkauften Bereich gedrückt haben. Da sind wir aktuell noch nicht. Aber auch bei den institutionellen Anlegern muss man ganz klar sagen, diese massive Short-Positionierung, mit der wir ins Jahr 2023 reingegangen sind, die ist hier durchaus bereits etwas abgebaut auch. Man kann also sagen, dass wir durchaus diese übergeordnet starke Short-Positionierung, mit der wir ins Jahr 2023 reingegangen sind, jetzt im Rahmen von dieser gewaltigen Rallye durchaus etwas abgebaut haben. Was sich natürlich aufgebaut hat, sind die Risikofaktoren für eine Korrektur mit diesen stark steigenden Kursen. Wir haben das mittelfristige Risikolevel jetzt gerade wieder auf eine 9 geschoben. Das letzte Mal, als wir so eine Doppel-9 haben, wir wissen, wir waren vor kurzem schon mal bei einer 9. Das war im Februar dann wirklich unmittelbar im Rahmen der Top-Bildung vor der Korrektur, die wir da gesehen haben. Dazu wird aber wichtig sein, bevor wir uns über das Thema Mean-Reversion unterhalten und eben Rückkehr zur 20-Wochen-Linie. Schauen wir uns heute mal einige sehr, sehr wichtige Aufwärtstrends an, bei wichtigen Einzelaktien, aber natürlich auch in den Indizes und die sind zum Großteil aktuell noch völlig intakt. Da muss man einfach ganz klar sagen, aktuell gilt natürlich auch weiterhin der Trend, is your friend und wir handeln natürlich auch weiterhin den Markt, den wir sehen. Wir kommen zu den Terminen für kommende Woche und beginnen mit der Berichtssaison, die in der absoluten Endphase. Es ist kaum nennenswerte Unternehmensergebnisse. Kommende Handelswoche Montag und Dienstag haben wir Feiertag. Montag sind die Börsen halbtags geschlossen in den Vereinigten Staaten. Dienstag komplett Unabhängigkeitstag. Fourth of July muss man ganz klar auf den Zettel haben. Am Mittwoch geht es dann wieder voll los. Und das Spannende an der Börse ist aber, die eine Berichtssaison geht zu Ende. Die nächste steht schon vor der Tür am 14. Juli, also den übernächsten Freitag. Beginnen wie immer die Banken die nächste Berichtssaison. Gegen Ende Juli kommen dann auch die Big Techs dazu. Als nächstes schauen wir uns den Wirtschaftskalender an für kommende Woche und der ist schon etwas spannender. Wie gesagt, Montag und Dienstag Unabhängigkeitstag. Montag schließen die Börsen um 13 Uhr. Dienstag sind sie in den Vereinigten Staaten komplett geschlossen. Wir bekommen am Montag Einkaufsmanager-Indizes im verarbeitenden Gewerbe. Einmal aus Deutschland, Prognose 41. Einmal in den Vereinigten Staaten. Hier ist die Prognose bei 47,2. Hier rechnen wir mit der leichten Erholung zum Vormonat Mittwoch. Gibt es dann noch den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister in Deutschland. Der ist noch im positiven Bereich. Wird da auch weiterhin erwartet mit 54,1. Ganz wichtig, um 20 Uhr gibt es das FOMC-Sitzungsprotokoll der letzten Fettsitzung. Donnerstag steht dann ganz im Zeichen der Arbeitsmarktdaten. Zuerst ADP-Beschäftigungsänderung um 14.15 Uhr. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14.30 Uhr. Dann gibt es den Einkaufsmanager-Index bei den Dienstleistern in den Vereinigten Staaten. Und um 16 Uhr dann die wichtigen JOLZ-Stellenangebote. Und am Freitag gehen wir aus der Woche wieder mit wichtigen Arbeitsmarktdaten. Einmal die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Non-Farm-Payrolls. Hier wird mit 200.000 gerechnet. Und auch ganz wichtig, Arbeitslosenquote. Hier stehen wir aktuell in den Vereinigten Staaten bei 3,7 Prozent. Und am Freitagabend dann noch eine Rede von Christine Lagarde. Wir kommen zum Thema Sentiment. Und wenig überraschend sind wir am Freitag aus dem Handelgang mit einem Fear & Greed Index bei 80 im Bereich der extremen Gier. Die letzten vier AA-II-Sentiments befragen und also Retail-Sentiment an der Wall Street sind sehr, sehr bullisch ausgefallen. Mit deutlich über 40 Prozent bullischer Marktteilnehmer. Sogar über dem historischen Durchschnitt, wie du unten erkennen kannst, sehr wenige Bären auch nur noch übrig. Ein bisschen mehr geworden in den letzten zwei Wochen jetzt wieder. Da waren wir bei niedrigen 20 Prozentständen. Da sind wir jetzt wieder bei ca. 27,5 Prozent. Die letzte YouTube-Umfrage vom Mittwoch ist auch sehr bullisch ausgefallen. Etwa im Rahmen der AA-II-Befragung. Etwas weniger neutrale Marktteilnehmer bei euch. Nur 24 Prozent. 44 Prozent sind bullisch und 32 Prozent sind in der Bärenhöhle. Und da starten wir natürlich mit dem heutigen Briefing wieder eine neue Umfrage. Und wir schauen uns, wenn man so möchte, eine weitere Sentiments-Befragung an, nämlich das FED-Watch-Tool. Und da muss man ganz klar auf den Zettel haben, zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Zinsanhebung im Juli größtenteils eingepreist. 87 Prozent der Marktteilnehmer gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass die FED am 26. Juli die Zinsen nochmal um weitere 25 Basispunkte anheben wird. Und damit kommen wir zur Chart-Analyse. Und die beginnen wir mit dem Chart der FED-Netto-Liquidität, den wir uns heute mal im langfristigen Wochenchart anschauen, zurück bis 2009. Es ist nämlich sehr interessant. Wir haben aktuell, das muss man gleich dazu sagen, eine sehr starke Divergenz. Wir haben gesehen, dass der Nasdaq vor allen Dingen ja zuletzt nochmal stark angestiegen ist, aber auch der S&P, während die FED-Netto-Liquidität vom Top unserer Range den gesamten Weg gelaufen ist an den Boden. Das heißt, wir haben gesehen, im Mai auf die Oberseite gab es eine hohe Korrelation, steigende FED-Liquidität, steigende Märkte. Jetzt zur Downside haben wir, und das ist bewusst gesagt, noch keine Korrelation gesehen. Wir hatten stark fallende FED-Netto-Liquidität, nämlich um insgesamt 7 Prozent, während wir weiterhin steigende Indizes gesehen haben. Also potenziell eine bärische Divergenz, was ich hier auch ganz klar herausarbeiten möchte heute mit euch. Wir sind jetzt hier wieder angekommen im Bereich vom Support von unserer Range. Und nicht nur das, nicht nur hat die FED hier zuletzt an diesem Punkt immer wieder für Geldspritzen gesorgt. Nein, wir sehen jetzt auch hier die 200-Wochen-Linie auf die FED-Netto-Liquidität zukommen. Und das finde ich durchaus interessant. Das werden wir auch ganz genau beobachten in den kommenden Tagen und Wochen, wie sich das weiterentwickeln wird. Denn als wir gesehen haben in der Vergangenheit, wann immer die FED-Netto-Liquidität unter die 200-Wochen-Linie gefallen ist, war das 2007, aber auch 2019 im unmittelbaren Umfeld vor einem Crash und eben auch dann im unmittelbaren Umfeld von massiver Injektion von Liquidität. Lasst uns das hier ganz genau beobachten. Diese Bewegung muss kein sofortiges Verkaufssignal sein, wäre aber gerade mittelfristig, wenn wir auf die Historie gehen von diesem Chart, ein sehr beunruhigendes Signal. Ganz genauso muss man aber auch sagen, haben die Märkte jetzt diesen Entzug von Liquidität extrem gut weggesteckt. Ein starkes Ansteigen hier, falls wir das beobachten in den kommenden Tagen und Wochen, da würde ich mich fast festlegen, wäre wieder weiterer Rückenwind für steigende Kurse. Wir bleiben mal noch kurz im Makro-Bild und schauen uns die Federal Funds Futures an für den Dezember 2023. Was denkt der Markt? Wo wird der Leitzins, der FED Ende diesen Jahres stehen? Und da sehen wir, dass die Zinssenkungen jetzt wieder komplett ausgepreist sind im Rahmen der Bankenkrise. Im März ist dieser Future ja kollabiert. Da ging der Markt kurzzeitig sogar mal davon aus, dass die FED die Zinsen auf 3,4% gesenkt haben wird Ende diesen Jahres. Das ist jetzt wieder komplett vom Tisch. Wir sind jetzt wieder angekommen an den Tops, wo wir waren. Muss man mal so ein bisschen auf dem Zettel haben, wenn die Zinsen in diesem Niveau sind oder auf diesem Niveau sind. Ist das letzte Mal was kaputt gegangen im System? Komplett überrascht, wenn unter der Zinslast wieder irgendwas Systemisches auf uns zukommt in den nächsten Wochen. Dürfte man nicht sein und das würde dann natürlich auch für eine Abkühlung am Aktienmarkt sorgen. Und das würde dann natürlich auch für ein Aufschaukeln sorgen in der Volatilität. Den WIX schauen wir uns jetzt hier an im Wochenchart. Der ist vor einigen Wochen durch diesen langfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Ist auch direkt nochmal ein Stück tiefer kollabiert. Wir sehen ihn jetzt exakt auf den Levels, die wir gesehen haben unmittelbar vor dem Corona-Crash 2020. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir ihn kurz davor auch gesehen haben auf Levels eben Ende 2019 hier im Bereich von 11,4. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass der Juli saisonal eher nochmal ein schwächerer Monat ist für den Volatilitätsindex. Potenziell eben hier ein Eintauchen denkbar, bevor er sich dann im August und im September deutlich stärker aufschaukeln kann. Haben wir das mal ganz klar auf dem Zettel. Die Zinslast ist jetzt wieder da auf dem Markt. Das muss kein sofortiger Trigger sein, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das im Rahmen der kommenden Wochen dann durchaus nochmal zum Thema werden kann. Eben dann zusammen mit einem Wix, der möglicherweise sogar nochmal um circa, was wäre denn das aktuell nochmal Downside-Potenzial nochmal knapp 20% tiefer steht. Also sozusagen der Markt dann nochmal sorgloser wäre. Potenziell dann hier möglicherweise Support und ein Aufschaukeln vom Wix. Das wäre dann eben gerade tief ins dritte Quartal, viertes Quartal hinein dann eben möglicherweise die Marktkorrektur. Die dann beim S&P 500 und bei den weiteren Indizes durchaus für die sogenannte Mean Reversion sorgen könnte. Also die Rückkehr zur 20-Wochen-Linie. Wir schauen uns jetzt diese Situation hier mal an. Wir haben hier den SPX, also den S&P 500 Spotmarkt im Wochenchart. Wir haben hier übergeordnet eine sehr interessante Trendstruktur, die wir auch in dieser Form im zweiten Halbjahr ganz genau beobachten werden. Wir haben hier diesen steilen Aufwärtstrend, der begonnen hat im März am Tief der Bankenkrise. Hier haben wir auch den übergeordneten Support von unserem Trendkanal das letzte Mal angetestet. Seitdem wirklich wie an der Schnur gezogen, der S&P 500 gestiegen. Gerade die letzte Wochenkerze nochmal sehr stark. Bullisch Engulfing-Kerze, höchster Wochenschlusskurs seit der Woche vom 4. April und auch hier natürlich jetzt ein neues Top im Wochenschlusskurs. Das kann durchaus dafür sorgen, dass wir eben jetzt nochmal in eine etwas stärkere Phase reingehen. Wichtig ist folgendes. Meines Erachtens ist das Konzept für das zweite Halbjahr. Dieser Aufwärtstrend, den wir hier sehen, der wird meines Erachtens nicht ewig halten. Wenn der zerbricht, gibt es die Korrektur zurück auf die 20-Wochen-Linie. Wenn wir auf die linke Seite schauen, nach dem Corona-Crash, erster Impuls, deutlich abgesetzt von der 20-Wochen-Linie und dann kam sie, die Rückkehr zur Mean, Revert to the Mean, Mean Reversion, Rückkehr zur 20-Wochen-Linie und eben dann hier in diesem Trendkanal, den ich so spannend finde und der uns hier eben auch aktuell die Range vorgegeben hat. Und ab diesem Zeitpunkt schlängelst du dich dann, wenn es ein Bullenmarkt ist, ein echter Bullenmarkt eben an der 20-Wochen-Linie entlang, bis du sie brichst, als Widerstand backtestest und dann ist der Aufwärtstrend gebrochen. Aktuell sind wir in der Phase, in der sich der S&P 500 von dieser 20-Wochen-Linie stark absetzt. Eben in dieser ersten Hype-Phase, die wird zu Ende gehen, der Markt wird brechen, wird die 20-Wochen-Linie antesten und das wird dann eben der Punkt sein, wo sich entscheiden muss, ist es ein echter Bullenmarkt, wird die 20-Wochen-Linie dann aggressiv gekauft oder kommt es zu einer schärferen Korrektur. Und dann kommt unsere weitere Trendlinie ins Spiel und die finde ich sehr, sehr spannend. Die kommt vom Corona-Tief und verbindet hier das 52-Wochen-Tief im Oktober und die läuft hier aktuell in unseren Trendkanal rein und ist im Rahmen circa vom Oktober, November, September hier in dieser Phase genau die Herzlinie von unserem Trendkanal. Das heißt, potenziell nochmal starke Phase, dann hier eben die Rückkehr zur 20-Wochen-Linie und hier wird sich dann entscheiden, können wir den Trendkanal, die Herzlinie als Support testen. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Man könnte sagen, das wäre der Ritterschlag für den Bullenmarkt, wenn wir hier im Bereich der 4.200 Punkte dann Support finden. Falls diese Aufwärts-Trend-Linie hier brechen sollte, die aus dem Corona-Tief kommt, das wäre ein erstes größeres Warnsignal, aber sehr, sehr wichtig, der Bereich um 4.000 Punkte bis 3.900 Punkte und eben auch die 200-Wochen-Linie. Und falls diese 200-Wochen-Linie brechen sollte, falls der S&P 500 auch aus diesem Trendkanal nach unten durchbrechen sollte, dann kommt es meines Erachtens zu einer großen Korrektur. Kursziel in diesem Fall sehe ich dann bei 3.200 Punkte. Das wäre seit dem Corona-Tief die Golden Pocket. Also der Fahrtplan ist völlig klar. Wir haben aktuell völlig intakte Aufwärtstrends im Light-Index S&P 500. Gerade in der letzten Handelswoche haben wir nicht nur den Aufwärtstrend nochmal getestet, sondern auch die Golden Pocket der gesamten Downside und haben sie mit einer Impulskerze bestätigt. Der nächste kritische Widerstand, der auf uns zukommt und dazu zoomen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein. Wir haben nämlich hier noch einen und das ist auf der linken Seite das Top der März-Rallye und das wäre hier im Bereich von circa 4.639 Punkte und hier auch dann im unmittelbaren Umfeld des 88er Fibonaccis der gesamten Downside. Das wären vom jetzigen Zeitpunkt ab noch circa 4,6 Prozent Aufwärtspotenzial im S&P 500. Hab bitte ganz klar auf dem Schirm und auf diesem Kanal werdet ihr als erstes erfahren, wenn dieser Aufwärtstrend bricht. Das wird für mich dann der Trigger für eine schärfere Korrektur. Da können wir dann auch über Short-Einstiege sprechen mit entsprechenden Stops eben dann, um uns für diese Downside abzusichern. Für den Moment allerdings die ganz klare Aussage, dieser dominante Aufwärtstrend im S&P 500 ist nicht nur nach wie vor völlig intakt. Nein, er wurde in der abgelaufenen Handelswoche auch mit einer deutlichen Impulskerze bestätigt. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Und auch den Nasdaq schauen wir uns im großen Bild an im Wochenchart und hier wird es jetzt sehr, sehr spannend. Der Nasdaq kommt nämlich jetzt hier an kritischsten Widerständen an. Wir haben jetzt hier einen Doppeltop im Chart aus dem Januar und aus dem März 2022 und genau hier hat auch die Freitagskerze Widerstand gefunden. Allerdings hier auch eine bullische Engulfingkerze, hat nach unten nochmal die Vorwoche abgeräumt und den höchsten Wochenschlusskurs uns gezeigt, eben im gesamten Aufwärtstrend. Wir schauen auf die linke Seite und sehen den höchsten Wochenschlusskurs im Nasdaq seit dem 10. Januar 2022, seit der Woche im 10. Januar 2022. Hier aber dennoch höchste Widerstandsgefahr zwischen 15.200, also zwischen diesem Doppeltop und dann dem 88er Fibonacci im Nasdaq bei 16.000 Punkte. Müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben. Wir schauen hier auch mal auf die linke Seite und schauen, was nach Corona passiert ist. Damals gab es auch einen selten schönen Strich nach oben. 84% Rallye, damals auch mit neuen All-Time-Highs im ersten Impuls. Und auch hier perfekte Mean-Reversion zurückgekommen zur 20-Wochen-Linie und diese dann schön brav im Rahmen vom Aufwärtstrend immer wieder bestätigt als Support. Solange ist der Bullenmarkt aktiv, dann brichst du drunter, testest sie als Widerstand und die Sache ist vorbei. Aktuell wieder über der 20-Wochen-Linie, ganz wichtig. Und die sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt circa 12% unter dem aktuellen Kurs bei circa 13.378 Punkten. Hab aber auch bitte beim Nasdaq auf dem Schirm. In der letzten Handelswoche war durchaus gutes Volumen drin, sogar leicht überdurchschnittliches Volumen, über der 20-Wochen-Linie im Volumen gewesen beim Nasdaq. Und hier eben wie gesagt auch die wichtige Widerstandszone. Da muss man tendenziell mit einer Korrektur rechnen. Keine Frage, sollte der Nasdaq aber hier ausbrechen, könnte sich tatsächlich auch diese Bewegung wiederholen aus 2020, dass wir eben möglicherweise vor einer ersten harten Korrektur den Nasdaq auf neuen All-Time-Highs hin. Ist aktuell nicht das Primär-Szenario, keine Frage. Ganz wichtig, ich rechne hier durchaus in dieser Zone mit härtestem Widerstand, insbesondere weil wir jetzt auch aktuell sehen, dass der Nasdaq überkauft ist im Wochenchart. Das war aber, ich habe mir mal die Mühe gemacht und zurückgeschaut, das war selten ein unmittelbares Verkaufssignal. Mittelfristig dann aber durchaus kombiniert mit einer stärkeren Korrektur. Habt es auf dem Zettel, auch beim Nasdaq ist dieser Aufwärtstrend hier noch völlig intakt. Wir haben uns sogar zum aktuellen Zeitpunkt wieder ein bisschen abgesetzt. Könnt jetzt hier auch unmittelbar etwas dippen. Ganz wichtig und deswegen bleib auf dem Kanal dabei. Du wirst auch hier der Erste sein, der das erfahrt. Dieser Trendbruch wird sehr, sehr kritisch und da werden wir uns definitiv mit entsprechenden Stops zur Downside dann absichern. Wir kommen zu Apple und da möchte ich direkt aufs gestrige Aktienvideo verweisen. Da ist eine ausführliche Analyse zu Apple. Wir nehmen sie heute nur zum Zweck des lokalen Aufwärtstrends und ich denke, das ist eindeutig, wie unfassbar schön dieser Aufwärtstrend intakt ist. Natürlich Preissalam drauf, wenn dieser Aufwärtstrend gebrochen ist. Das wird meines Erachtens auch der Trigger sein. Nicht nur für eine schärfere Korrektur bei Apple, sondern natürlich dann auch entsprechend am Gesamtmarkt. Aktuell sehen wir Apple als erste Aktie aller Zeiten mit über drei Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Das erste technische Kursziel aus der gesamten Downside 2022. Sprechen wir auch schon seit einigen Wochen auf dem Kanal drüber, dass wir diese Zielzone auf dem Schirm haben. 199 US-Dollar. Hier ist das 127er Extension. Die 141 werden circa bei 208 und der goldene Schnitt nach oben werden hier circa 219 US-Dollar. Auch ganz wichtig Apple natürlich überkauft, keine Frage, aber das zeigt uns jetzt hier in erster Linie, dass hier brutales Momentum drauf ist und dass die folgende Korrektur dann durchaus auch ein bisschen schärfer ausfallen kann. Allerdings hier ganz klar auch bei Apple der Aufwärtstrend völlig intakt und auch gerade in der letzten Woche nochmal auch mit durchaus interessanten Volumen als Support getestet worden und natürlich auch ganz klar neue All-Time-Highs bei Apple. Wir kommen zu Microsoft und wenn ich aktuell einen kleinen Risikofaktor im Markt ausmachen möchte, dann könnte man sich die Microsoft-Aktie raussuchen. Einfach, weil sie jetzt in den letzten Handelswochen keine neuen Hochs generieren konnte. Da haben wir in der Woche vom 12. Juni das ganz knappe neue All-Time-High gesehen bei 351 US-Dollar. Das alte war bei 349 und danach wurde konsolidiert und jetzt auch mit der abgelaufenen Handelswoche ganz wichtig, kein neues All-Time-High gesehen bei Microsoft. Wir sind allerdings über, und das ist kritisch, über dem 88er Fibonacci der gesamten Downside. Das haben wir hier zu den ersten paar Wochen als Widerstand getestet. Aktuell wird dieses Level hier seit zwei Handelswochen zum Support. Also solange Microsoft über 334 US-Dollar ist und vor allen Dingen solange dieser steile Aufwärtstrend hier noch intakt ist, ist das Gesamtmomentum am Markt nicht in Gefahr. Breakouts aus 349 US-Dollar hätten zum Ziel. Hier oben die Zone um 386 US-Dollar. Das wäre hier ein klares neues All-Time-High dann auch bei Microsoft. Und auch hier ganz wichtig, dieser Aufwärtstrend, wenn bricht, erstes Warnsignal. Wir haben aber hier noch sozusagen ein Rettungsnetz drunter. Das ist der Aufwärtstrend seit dem Tief im Januar. Hier auch sehr ähnlich wie beim Nasdaq Doppelboden gesehen im Oktober und im Januar. Und wenn dieser tiefere Aufwärtstrend dann brechen würde, wäre ein großes Warnsignal. Eben hier dann die Mean-Reversion bei Microsoft. Habt es hier auf dem Zettel. Hier sind sogar zwei Aufwärtstrend aktuell noch völlig intakt. Und der schärfere der beiden, der oberen, ist der, den wir abgemessen haben seit Microsoft eben beeindruckend aus der Golden Pocket, der gesamten Downside ausgebrochen ist. Also auch Momentum intakt bei Microsoft und auch der Aufwärtstrend bei Microsoft ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig intakt. Etwas bärisches Signal. Möglicherweise sind hier jetzt lokal die leicht fallenden Tiefs. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Und auch der Chart unserer Big 7 darf natürlich nicht fehlen. Also die wichtigsten Big Tech-Aktien in einem Chart. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia ist natürlich auch dabei, Tesla und Meta. Und auch hier ist natürlich der große Aufwärtstrend nach wie vor völlig intakt. Wir sind extrem überkauft. Und hier bei den Big 7 wäre der Rückkehr zur Mean Reversion, also zur 20-Wochenlinie sogar aktuell. Ein Dip um 20 Prozent. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass so ein Chart auch mal eine Weile seitwärts gehen kann, während der gleitende Durchschnitt aufschließt. Man muss hier ganz klar auf den Zettel haben natürlich ausgebrochen. Aus der Golden Pocket hier ein Rücksetzer in diese Zone. Jederzeit denkbar, übergeordnet auch. Bei den Big 7 der Aufwärtstrend völlig intakt. Wir sind jetzt hier in der Zone zwischen dem 78er und dem 88er Fibonacci. Hier muss man natürlich auch mit Widerstand rechnen, aber auch völlig klar, falls es hier zum Breakout kommen kann, dann kann auch dieser Chart hier nochmal massiv ausbrechen. Wichtig auch hier Aufwärtstrend bei den Big 7, die den Markt ja so unglaublich stark gezogen haben. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Year Today, seit Anfang Januar, ist der Chart der Big 7 über 100 Prozent im Plus. Und auch hier noch Aufwärtstrend und Momentum zum jetzigen Zeitpunkt intakt. Etwas anders sieht die Sache aus im Dow Jones. Hier muss man davon ausgehen, dass wir die große Rally gesehen haben Ende 2022 noch mit einem Anstieg seit dem Tief im Oktober bis Ende Dezember von 22 Prozent. Und diesen Anstieg Ende 2022, den konsolidiert der Dow Jones jetzt aktuell aus. Wir haben es aber in den letzten Wochen beobachtet. Wir sehen jetzt den Breakout aus dem großen Abwärtstrend seit dem All-Time-High dann hier eben im Rahmen vom Dezember, aber auch Anfang 2023 abwärts gerichtete Konsolidierung. Hier auch im Mai haben wir nochmal Widerstand gefunden. Wichtig und der darf nicht brechen. Also auch hier ein Aufwärtstrend intakt seit den 52 Wochentiefs. Eben dieser Aufwärtstrend, der uns auch hier weiter tragen muss. Wenn es hier zum Breakdown kommt, dann 200 Wochenlinie im Bereich der 31.000. Potenziell sogar ein tieferer Dip denkbar. Beim Dow Jones nicht uninteressant. Und auch hier ist die abgelaufene Handelswoche spannend. Wir haben nämlich nach unten auch nochmal hier alles abgeholt, haben uns auf diesem Abwärtstrend Support abgeholt. Und auch hier bolische Engulfing-Kerze. Höchster Wochenschluss im Dow Jones, wenn wir ganz genau hinschauen. Seit der Woche im April auch 2022. Und jetzt hier lokal durchaus wenig Widerstände nach oben. Muss man aber auch mit einberechnen. Hier kann es jederzeit auch nochmal zu einem Dip kommen, dass wir hier nochmal ein weiteres Mal die Gelegenheit bekommen, einzusteigen im Bereich von 33.500, was wir definitiv nicht sehen wollen. Kein Trendbruch. Und ansonsten Kurse über 34.600 können dann durchaus auch sehr, sehr schnell mal die 36.000 als Ziel haben. Ziel für neue, potenzielle. Holterm heißt beim Dow Jones, wer hier oben im Bereich der 39.000. Dow Jones, nicht uninteressant. War ein bisschen schwächer zuletzt in den vergangenen Monaten eben, weil der Stärke Ende des Jahres 2022 versucht jetzt aber hier für den Moment auch wieder Momentum aufzubauen. Sehr, sehr spannend ist der Russell 2000 auch saisonal. Denn wenn sich dieser Bullenmarkt wirklich als echt herausstellen sollte, dann sind wir jetzt potenziell vor der Phase, wo der Markt dann eben bei den Small Caps zugreifen wird. Und dazu passend ist der Russell 2000 in der abgelaufenen Handelswoche nicht nur aus der 200-Wochen-Linie ausgebrochen. Da war der S&P 500 vor Monaten, der Russell aktuell technisch jetzt erst ausgebrochen aus seiner 200-Wochen-Linie, sondern wir machen uns diesen Abwärtstrend mal deutlich dominanter. Wir sind jetzt auch aus dem Abwärtstrend seit den All-Time-Heis ausgebrochen für den Moment beim Russell. Deswegen völlig klar, darüber sprechen wir auch schon jetzt seit einigen Wochen. Wir wollen jetzt keine Kurse mehr sehen beim Russell unter 1.840 Punkte unter der 200-Wochen-Linie. Das muss jetzt hier ein Breakout sein und dann kann es hier deutlich weiter nach oben gehen. Kursziele 1950 bis 2.100 Punkte denkbar. Das wäre die Golden Pocket der gesamten Downside auch interessant. Wenn wir uns hier auf diesen Tops aus dem Jahr 2018 und 2020 mal eine Box zur Seite ziehen, dann sehen wir das, was hier jahrelang Widerstand war vom Russell seit dem Tief im Mai 2022. Hier potenziell als Support getestet wurde strukturell. Hier auch eine Wike-Off. Accumulation, hier nochmal der Backtest. Jetzt hier möglicherweise der Breakout in die impulsive Welle nach oben. Ich finde den Russell aktuell sehr, sehr spannend. Auch die Einzeltitel im Russell natürlich. Wichtig ist, wir wollen hier keinen Breakdown mehr erleben unter die 200-Wochen-Linie. Dann könnte der Russell der Index sein in den kommenden Wochen und Monaten, der hier durchaus interessantes Aufholpotenzial hat. Und Aufwärtstrend völlig intakt können wir auch ganz klar sagen beim deutschen Aktienindex, beim DAX und nicht nur das. Wir sind beim DAX hier bereits in der Phase der Mean-Reversion. Wir sehen auf der linken Seite hier das 52-Wochentief im Oktober. Hier auch Aufwärtstrend völlig intakt. Wir haben die erste Phase gesehen, wo sich der DAX massiv abgesetzt hat von der 20-Wochen-Linie. Dann hatten wir hier den Backtest im März. Und jetzt die abgelaufene Handelswoche hat erst wieder Support gefunden auf der 20-Wochen-Linie. Also tatsächlich hier auch ganz klares Bullen-Marktverhalten beim DAX. Wir haben sogar einen kleinen Trendbruch gesehen. Potenzielle Bärenfalle Support. Nicht nur auf dem 88er Fibonacci der gesamten Downside bei 15.786, sondern eben auch auf der 20-Wochen-Linie und diesem Aufwärtstrend. Die Zielzone, wenn es der DAX hier wirklich schaffen sollte, richtig auszubrechen, mal final auszubrechen auf neue All-Time-Heights. Die sehen wir hier im Bereich zwischen 17.500 und 19.000 Punkte. 127er bis 161er Extension der gesamten Downside. Und was wir meines Erachtens jetzt natürlich nicht mehr sehen wollen, keine Wochen-Schlusskurse. Ganz wichtig, wir haben den Dip gesehen. Im März auch knapp unter die 20-Wochen-Linie. Das hat sich herausgestellt, das brutale Bärenfalle. Wir wollen keine Wochen-Schlusskurse sehen unter der 20-Wochen-Linie und demnach definitiv nicht mehr unter dem 88er Fibonacci der gesamten Downside. Im DAX kein Trendbruch auf Wochen-Schlusskurs und demnach auch keine Kurse unter 15.750 Punkte. Wir kommen zum Hang Seng-Index und das ist vielleicht der Index, der es am spannendsten macht aktuell. Wir haben es eingangs gesehen in der Grafik. Hang Seng, Year Today, der Index mit der schwächsten Performance. Liegt aber meines Erachtens daran, dass er von den 52 Wochentiefs im Oktober bis Ende Januar eine Rally gezeigt hat von 56 Prozent, die er jetzt eben aktuell stark auskonsolidiert. Und da bin ich eben sehr gespannt, wie diese Konsolidierung zu Ende gehen wird. Wir haben hier möglicherweise eine gigantische inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Chart. Sprechen wir seit vielen Wochen und Monaten drüber. Wir haben jetzt aber auch lokal einen ganz dominanten Abwärtstrend im Chart, was ich nicht sehen möchte beim Hang Seng-Index sind Kurse unter dieser Wochenkerze. Wir haben hier diesen Support wirklich nochmal beherzt gekauft. Da möchte ich ihn nicht drunter sehen. Ansonsten ist der nächste Support erst wieder bei 16.800 und übergeordnet wäre dann eben diese Struktur dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter- Formation stark in Gefahr. Eben zusammen mit diesem dominanten Abwärtstrend. Hier, den machen wir uns richtig dick. Da muss er ausbrechen, der Hang Seng-Index. Dann haben wir die Ziele auf dem Schirm. 20.500 und 22.500, falls es zum Breakout kommen sollte aus dieser wichtigen Nackenzone. Deutlich höhere Kurse. Sehr, sehr spannend. Aktuell, wir sind hier auch unter allen gleitenden Durchschnitten, also unter der 20-Wochenlinie. Du siehst, wie die hier zum Widerstand wird. Aktuell, das ist ein extrem wichtiger gleitender Durchschnitt. Support finden muss der Hang Seng-Index hier im Bereich der 18.200 bis 18.000 Punkte. Und habe auch mal ganz klar eben das Thema Stimulus auf dem Schirm in China. Die Wirtschaft ist unter Druck. Sie liegt deutlich unter dem Wachstum, was die Chinesen brauchen. Und da bin ich eben gespannt, ob entsprechend stimuliert wird seitens der Regierung. Und das wäre natürlich ein deutlich bullischer Trigger. Zumindest mal wieder in dem Bereich 21.000 bis 22.500. Hang Seng-Index. Sehr, sehr spannend. Und möglicherweise eben ein Kandidat für ein starkes Reversal und eine Rallye im zweiten Halbjahr. Abschließend möchte ich das heutige Marktbriefing mit einem kurzen Fazit. Und das fällt wirklich sehr, sehr kurz aus. Man muss sich völlig im Klaren sein. Wir haben ein gigantisches Halbjahr hinter uns gebracht. Einige Titel sind extrem gut gelaufen. Viele Charts, wir haben es heute gesehen, sind überkauft aktuell. Das ist kein kurzfristiges Verkaufssignal, sondern eben ein Zeichen, dass derzeit sehr hohes Momentum drauf ist, das sich dann zumindest kurzfristig auch mal ins Gegenteil umschlagen kann. Wir kommen jetzt meines Erachtens in die Phase, in der gerade auch bei den Big Techs, die eben zuletzt so extrem stark waren, das Thema Mean Reversion ganz wichtig ist. Rückkehr zur 20-Wochen-Linie. Für den Moment sind sämtliche Aufwärtstrends noch voll intakt. Bleib auf dem Kanal dabei, lass definitiv dein Abo, da hast du jetzt keins der Videos mehr verpasst, denn hier wirst du es als allererstes erfahren, wenn diese Aufwärtstrends in Gefahr geraten und wenn eben der Gesamtmarkt dann nach stärkerer Korrektur aussieht. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.